was gibt leute herzlich willkommen auf diesem kanal ich bin herr 31 wie ihr seht heißt ich noch immer fake tv das ist mein alter youtube name ich werde 60 gems dafür sparen das name zu verändern ich habe schon 61 61 das ist schon gut 21 gems und wir werden heute hochbruschen also heute werden so videos zu genannt gemacht ich werde dann halt so viel mehr videos aufnehmen in einen tag und wir werden hochbruschen wie sieht bin ich fast bei jesse mit meinem neuen account und ich freue mich darüber also los geht's und ich nehme draußen anderen ich möchte ihn hoch level also sie hochleveln ich bin ein bisschen erkältet solche leute das kann ich glaube ich aus nein ich muss das nicht ausleihen aber es wird schon eine minute so schnell eine minute vergeht es werden so mehr so unten kommen ich will auf jeden Fall die zeugnis der leute ich hablex aber das hätte mich davon nicht ab hoch zu pushen kommt ein wenig doch spitzer kommache alles kaputt ich warte bis jetzt so kommt dann nehme ich jetzt das cube es ist jetzt geschafft schneller zu nehmen nein 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 push nicht push nicht push nicht push nicht push nicht nein get away die runde startet nicht startet jetzt nicht so gut wir sind zurück wir haben einen taktiker zu nehmen rein 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 und jetzt der einzige gegner da drin nein und der hat ihn noch geholt na vier trophien plus geht noch das ist auf jeden Fall besser als null oder als minus so wir sind zurück wir haben ein taktik shell boot das läuft richtig gut also wenn man keine lekt hat dann ist es ein übelst guter taktik oh Lärm kommt Lärm kommt schon recht schnell gute Brawler oh ne lecks nein geh nicht raus geh nicht raus geh nicht raus blöck drin blöck drin große älter an deine große älter an ich hab spike ich hab sowas von geholt gerne in die äh wo der Leon kommt komm rein komm da auf die eye of a storm inside I am save a throne komm zurück ich brauche deine Hilfe also Victor heißt halt ist nicht FakeCat und ich bin Mark FakeCat warum sag ich so nein wir haben es geschafft oh mein Gott oh mein Gott das ist der beste Skin ever ja ein Box oh mein Gott ja ey Primo Leute ja oh sieht der cool aus wartet Leute okay Leute wir haben ein Blumen bekommen aber wer mich kennt das hochpushen endet nicht hier wenn wir ein neuer Brawler bekommen das hochpushen endet erst nach 1000 Jahren wenn ich wenn ich wenn ich diesen coolen Typ hab den gerade fake äh Mr.Cat benutzt ich finde FakeCat als Name wäre cooler für ihn natürlich muss er das nicht als Name haben er kann das als Name haben so nur wenn er möchte hier genommen oh schon so mega schnell ja jetzt will er uns miteinander ziehen und sie haut ab und holt sich den SlapJuice ich nenne das eigentlich SlapJuice also ich weiß das ist kein Fortnite aber ich nenne das einfach so oh mein Gott nein es hat gelegt ich konnte nichts machen schade aber zweiter Platz ist schon gut 7 plus man braucht natürlich für 2 ein 10er plus aber ist doch egal the way number glory oh mein Gott noch oh mein Gott oh mein Gott das ist der beste Skin ever na Spaß Leute wir brauchen noch einen ein Dingster Wumster und oh mein Gott das ist der beste Skin ever na Spaß Leute ich möchte natürlich auch Penny hochleveln aber ich möchte erst El Pramo es wird so ein hochleveln Video sein also wo wir viele Brawler hochleveln ja moin oh mein Gott das ist der beste Skin ever oh mein Gott das ist der beste Skin ever hab ich ich hab dich ey bitte ist mein Lieblingsplatz absolut ehre genommen okay das muss jetzt ich schon die 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 ich muss einfach schreien das geht nicht anders komm doch ich kann mich nicht bewegen ich werde kleiner ja okay 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 ehre genommen also also Victor also Fake Cat ich nenne jetzt Fake Cat was was na Spaß also Mr. Cat nimmt grad von jedem aber sowas von die Ehre oh mein Gott das ist der beste Skin ever oh mein Gott oh mein Gott hab ihn ich muss ihm Hits geben ja moin ja moin ja moin du ja kein Internet aber gewinnt ganze Zeit also mit Fake Cat Mr. Cat Hilfe ich verwirks immer die und oh mein Gott oh mein Gott das ist der beste Skin ever ich weiß nicht warum ich das sage war das cool oh das Gefühl wenn du einen Brawler bekommst es gibt die die Tüte die Tüte Tüte Prozent Kürze Kassi das ist ein bisschen sie in Fall wieder hoch also die Neu- und richtig hoch das erste wird auf jeden Fall L L L Primo wird das ankommen um aber Aarbräuer um mein Gott ist allerdings ist und gefällt egal ich schweige mir auch so wir gehen sofort in mitte time to destroy your parents oh mein gott das der beste skinner war ehrenlos die eine feuer 024 plus ah nein leute das ist nicht für mich nicht deswegen weil die ich will nicht nicht erst wenn wir gewonnen haben ich möchte einfach nicht jesse hochleveln ich finde jesse ist es hat es kurz heute ich weiß jetzt ein bisschen dingster ist schnell ist kurz raus geht wir sind wieder am start ich habe ein bisschen zu lang rausgeschnitten oh mein gott oh mein gott dass der beste skinner war ja genommen aber ich werde jetzt kleine schon wieder oh mein gott oh mein gott das ist der beste skinner war oh mein gott holen ok das ist das ist eine richtig gute taktik von penner und gamme und die könnten bestimmter drin aber mein team oh nein das sind die it's no joke i know joke ok wir haben gewonnen leute das video geht seit elf minuten schau leute ich freue mich dass ihr mir zuguckt habe ich mache natürlich sofort das nächste video und der 31 das ist